Was man bei all dem verstehen muss, es geht nicht mehr darum zu verhindern, dass Menschen mit dem Virus zusammenkommen. Das ist eine Pandemie. Sie ist nicht mehr zu stoppen. Fachleute gehen nach allem, was sie wissen, davon aus, dass etwa zwei Drittel der Deutschen mit dem Virus in Kontakt kommen werden und erkranken. Die allermeisten von Ihnen, 80 Prozent, sehr leicht und leicht. 20 Prozent werden ärztliche Hilfe brauchen und etwa sechs Prozent intensivmedizinische Betreuung. Sechs Prozent, das klingt nicht nach viel, sind aber mehr als eine Million Menschen. Wenn man jetzt zulässt, dass sich die Viren so exponentiell rasant verbreiten, wie sie es von Natur aus tun, dann werden sie Pflege und Kliniken und Ärzte überwältigen. Es kommt darauf an, den Verlauf dieser Kurve zu strecken, dass sich die Ansteckungswelle möglichst weit über das Jahr verteilt. Dann werden immer noch genauso viele Menschen krank, aber eben nach und nach. Und das Geschehen beruhigt sich. Und alle können die maximale Hilfe moderner Medizin bekommen. Das ist im Moment das Ziel. So wenig wie möglich Ansteckung jetzt am Anfang. Und deshalb ist scheinbarer Kleinkram wie Hände waschen, Abstand halten, keine Partys machen, lebenswichtig. Nicht nur für einen selbst, sondern vor allem für die Schwächsten in dieser hoffentlich langen Kurve. Danke.